lightyear frontier wir testen die demo das spiel ist schon längst draußen aber ich teste damit ihr es nicht müsst und vielleicht wollt ihr es ja holen ja ja habt meine seele ja fängt das schon gut an dir mal gucken wie es ist weltnahme die nennen wir unsere welt funke Hauen. Ups. Hauen. So. Perfekt. Einen Namen haben wir. Gucken wir mal, wie es ist. Ladebildschirm. Die erste Demo. Auf YouTube. Die Erde bietet kein schönes Zuhause mehr. Erzähl mir was Neues. Manche, so wie du, haben sich daher auf den Weg zur Lightyear Frontier gemacht. Du willst ein Neuanfang, ein neues Zuhause? Oh. Episch. Ja, toll. Jetzt sind wir tot. Wir sind tot. Nein, wir sind nicht tot. Wir leben. Wir leben. Wir leben. Okay, keine Charaktererstellung. Nichts. Okay, cool. Die Wiesen. Okay, wir gucken erstmal. Okay, es hackt ein bisschen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Meck. Okay, gehen wir erstmal dahin. Aber. Kein Werkzeug. Okay. Gucken wir mal. Wir sind auf jeden Fall auf irgendeinem Planeten gelandet. Da liegt was. Da liegt was. Hier liegt überall was. Da brennt auch was. Okay, aber wir müssen erstmal. Okay, wir rennen erstmal. Kein Werkzeug. Oh, jetzt habe ich Werkzeug. Das sieht nicht gesund aus da. Schlagen. We will, we will run. Okay. Okay, wie nehme ich das jetzt auf? Einfach drüber laufen oder was? Nee. Ah. Ah. Okay. 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 Okay, okay, okay. Bringe dem Meck den Arm. Äh. Der hier wahrscheinlich, ne? Okay. 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 Nee. Gestehen wir wo eine Karte, wo ich hin muss? Kann er vielleicht hier hinten liegen? Okay. Wow. Okay. Wow. Das ist, äh. Das ist ne Map. Das ist ne Ansage. Okay, das scheint ein Arm zu sein. Und das irgendwas anderes. Das ist auf jeden Fall kein Arm. Okay, ähm. Ich denke mal. Da das am nächsten ist, gehen wir erstmal hier hin. Vielleicht liegt der hier irgendwo. Finde dein Meck, um weiter zu erkunden. Ja, aber. Äh? Ich glaube, ich glaube, ich weiß, wo der Tingen muss. Ah ja. So. Bringe den Arm. Okay. Okay. Ja, dann muss man jetzt, denke ich mal. Okay. Wir gehen jetzt hier hin. Aber ich drücke noch nicht mal Sprint und wir rennen. Okay. Cool. Okay. 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 Ich kann da gar nicht weiter. Finde dein Meck, um weiter zu erkunden. Ja, hab ich ja. Der ist ja hier. Ah. Wo kommt der denn auf einmal her? Oh mein Gott. Okay. Alles klar. Sind da Geschütze dran? Gummibäre. Gummibäre. Okay. Aufheben. Ah ja. Okay. Okay. Jetzt hab ich Staubsauger. Haha. Ich kann saugen. Das ist ein magnifizierter Meck. Es war die höchstwerten Tools. Und sogar das Schiff von dir. Das Farm-Meck-Projekt der Rehrein war sehr unglaublich. Es ist so ein Schade, dass es in der Ende getrennt wurde. Ah. Easy. Kann ich die hier einsaugen? Füttern. Kann ich die füttern? Oh. Kann ich die schlagen? Okay. Alles klar. Geh ich mir weg. Teichfels. Okay. 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 Wir müssen also erstmal unsere ganzen Sachen einsammeln. Wir müssen uns eben in der Zwischenzeit nach der Zwischenzeit. Wir müssen uns proben heraus. Wir müssen noch den Schildern nach der Zwischenzeit nach der Zwischenzeit herbezüben. Wir müssen uns proben, dass ein Schilder ist. Das war keine kleine Funktion. We sind mit uns proben. Vielleicht ein bisschen mehr Lightfooted Approach ist wieder hier. Okay, diese Gummidinger, mit denen muss ich wahrscheinlich... Okay, die sind meine Munition. Ich finde den Bewässerungsschlauch, okay. Giftiger Schleim, okay. Okay, das wird der Schlauch sein. Okay, 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 okay. Okay, dafür brauche ich den Schlauch dann wahrscheinlich, ne? Wie schön das auch einfach ist, ne? Wie schön das ist. Okay, jetzt brauche ich Munition. Erntesauber, okay. Einen Moment, ich muss ja eben kurz tappen hier. Okay. Ich kann Wasser einsaugen. Okay. 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 Ich brauche aber nochmal Wasser. Boah, das geht aber schwer weg, ne? Da. Nochmal Wasser einsaugen. Vielleicht habe ich den ganzen See leer hier. Hier hinten war auf jeden Fall noch was gewesen. Was ist das? Das ist das. Okay. heute gleich wieder wasser hier ist soweit nichts aber da muss noch irgendwo oh ich denke ich aber ganz schön an mit dem dingen war also so 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 okay wow okay wow krass kann ich das hier irgendwie abbauen was ist das nest von snob okay usch also so 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 Amen. Okay. Ah, okay. Wow, okay. Ja, dann bauen wir mal einen Schlafplatz, ne? Was leuchtet denn da jetzt so penetrant? Ah! Ups. Was leuchtet denn jetzt hier so penetrant, ey? Uh! So, wo könnten wir uns denn einen Schlafsack bauen? Da hinten liegt aber auch noch was, ne? Ich kann den nicht füttern. Okay, ich würde sagen, wir bauen uns hier auf. Nachtwandel ist aber krass, ne? Okay, ich brauche auf jeden Fall Häufen, sowas alles. Geht die Schlafsack hier nicht irgendwie kaputt oder so? Dann werde ich gleich sehen. Okay. Wir fangen mal an zu bauen an. Okay. Was ist das hier? Hä? Ah, cool! Okay, mehr kann ich auf jeden Fall nicht nehmen, so. Okay, ich sammle das jetzt erstmal alles hier. Ich weiß auch gar nicht, wie viel ich so tragen kann. Das ist es. Okay, wow, okay, krass, krass, krass. Okay. So, gehe schlafen. Okay, ich gehe schlafen. Kann am Tag nicht gemacht werden, okay. Baue eine Pflanzkäste. Okay, alles klar. Ähm, baue ich mal hier. Äh, stand da nicht gerade was von kleiner Pflanzenkiste? So, Pflanze, Samen. In einem Erdtür. Okay, aber dafür brauche ich ja Samen, ne? Ich finde Sprechstrengskanone. Ah, okay, die habe ich ja noch nicht. Ist ja die hier. Okay. Da kann ja nur das Ding dann da hinten sein. Nochmal Wasser aufsaugen. Falls wir das nochmal brauchen. Das sieht aus wie Eisen. Ja. Okay, wow, man findet auch direkt alles hier, ne? Ja. Überladen. Okay, cool. Ja, ja, ich weiß, dass ich überladen bin. Äh. Okay, jetzt muss es gehen. Okay, was haben wir jetzt? Ah, jetzt haben wir die Sprossenkanone. Okay, sehr gut. Okay. Ich glaube, hier sollten wir noch nicht... Oh! Noch mehr von diesen Blumen? Aber ich gucke mal eben kurz was. Abwandlungs-Einstellungen, sprache Deutsch. Untertitel, ja. Machen wir mal ein bisschen größer... Gesamtlautstärke machen wir mal ein bisschen kleiner. ja, Musik kann eigentlich bleiben, ja, so, ja, da spüren wir ein bisschen, okay, da ist ein bisschen zu leise, ne? Oh, neun, okay. Okay. Es regnet auch, ja, toll, jetzt bin ich wieder überladen, die Steine eingesammelt habe. Ah ja, ich weiß, bin ich überladen. Wir bauen ja gleich noch. Und hier muss ich jetzt wahrscheinlich gleich die Blumen hier reinballern, wa? Baue ein Schuppen. Okay, wir bauen ein Schuppen. Äh. Bauen ein Schuppen. Verbesserungsdepot. Lagerkiste. Holzwegweiser. Steinzaun. Lagerfeuer. Werkstattschuppen. Okay, cool, okay. Oh mein Gott, die Dinger sind aber echt riesig, ne? Das muss ich ja mal sagen. Dann bauen wir den mal hier hin. 10, 10 brauche ich davon, okay. Kann ich nicht irgendwie? Einmal kurz. Okay, dann gehen wir mal Holz holen. Hier überladen. Kann ich auch von hier ausbauen? Ja. Bin immer nur überladen. Womit? Ich hab die Steine wieder eingesammelt. Oh mein Gott. Und was war in der Haaren? Ich hab die Steine wieder. Ich hab die Steine wieder. Ja, mit dem Ding geht es auf jeden Fall besser. Geht auf jeden Fall besser als mit der Axt. Okay, cool. So, ein Verbesserungsdepot. Montage. Butterofen, Ölmühle, Werkstatt, Schuppen, Montagegerät. Oh mein Gott, das sind aber echt... Da sind die Steine, die ich gerade hatte. Ja, ja, ich weiß. Okay. Baue eine Ölmühle in einem Schuppen. Okay, alles klar. Wo war die? Hier war die, glaube ich, ne? Ölmühle, da. Okay, habe ich auch. Verbessern. Oh mein Gott. Let's get this show on the road. Also, ich finde es ja bis jetzt ganz geil, ne? Was haben wir hier? Ah, angedockten Mac brauche ich dafür, okay. Machen wir das mal. Interagieren. Gucken, was wir verbessern können. Okay, cool. Landwirtschaft sammeln. Sammeln. Erhöht die Leistung der Stachelsä... Her damit. Halte zum Anvisieren. Sammeln. Gewehr anvisieren. Erhöht die Kapazität des Wassertanks. Okay. Okay. Okay, okay. Okay. Okay, dafür brauche ich mehr Aluminium. Okay, der sagt, ich soll schlafen gehen. Schlafen. Tag 3. Bin mal gespannt, wie weit die Demo geht. Bin ich mal gespannt. Und... So. Reiki, reiki. Okay, ich muss auf jeden Fall auch diese Kieferhöhlen... Äh... Okay, die wachsen auch ziemlich schnell, die Blümchen da, ne? Inner von einem Tag, äh? Die wachsen verdammt schnell. Okay. Okay, dann gehen wir mal auf Jagd, ne? Beziehungsweise sammeln. Muss ja hier das wieder herstellen, irgendwie. Okay. Das Spiel ist übrigens im Game Pass drin. Und die Demo findet ihr auf Steam. Okay, hier habe ich 53% jetzt hergestellt. Okay. Äh! Nee. 60%. Gucken, wie hier überall noch so eine giftige Kacke ist, ey. Da ist auch noch was. Magis, kommt das immer wieder, das Zeug, oder... Gucken wir mal. Aua! Hier ist nix. Kann ich hier rein? Äh... Ich geh mal hier lang. Auf jeden Fall diesen roten Schleim überall wegmachen. Was haben wir denn hier? Okay. Jetzt nix. Hätte ja sein können. Auch nix. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Kann ich da irgendwie... Stängelschwanz. Okay. Okay, Wasser zu tief, Lul. Hier war ich noch nicht, ne? Hier müsste auf jeden Fall noch so eine rote Sülze sein. Oder auch nicht. Was haben wir denn hier? Eier! Ich hab Eier! 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 Wir haben Eier! Okay, hier geh ich auf jeden Fall wieder runter. Gar nicht wissen, was für Eier ich jetzt hier habe. Also... Doch, die sind... Äh! Da ist noch so eine rote... Ah! Hier auch! Okay, perfekt. Okay, 70%. Okay, da ist nix. Auch nix. Aber hier... Ich muss wieder saugen. Hä? Okay, ich muss wieder saugen. Da kam mein Staubsauger auf. So, da haben wir... Da haben wir... Da haben wir... Oh, hier ist ganz viel. Ist denn nirgendwo Eisen oder so? Kein Eisen? Das ist nicht so gut. Baue ein Händler-Doc. Okay. Aber ich will jetzt erst mal gucken... Okay, der ist wirklich effektiver geworden. Auf jeden Fall. Okay, okay. Cool. Cool, 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 cool. Ja, okay, ich bin überladen. Alles gut. So, Händler-Doc. Wo haben wir das? Montage-Gerät. Montage-Gerät. Futter-Ofen. Händler-Lande-Platz. Okay. Ein Lande-Platz ist das sogar. Okay. Oh Gott, wo krieg ich denn rohen Kristall her, ey. Die Wiesen. Die Wiesen. Energie-Gerät. Okay. 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 Okay, ich brauche auf jeden Fall rohen Kristall. Findet ja man meistens in Höhlen oder so, ne. Ist ja schon fast wieder Abend, ey. Okay, dann gehen wir mal Kristall suchen. Wir gehen Kristall suchen. Irgendwo, wo wir welchen finden. Ich denke, irgendwo an der Berge. Das wird Sinn ergeben. Wir gehen mal hier hoch. Okay, cool. Hier kann ich nicht hoch. Das muss ja dann irgendwo hier sein, ne. Okay, hier kann ich nicht lang. Aua. Aua. Okay, hier war auf jeden Fall noch irgendwo was gewesen, ne. Hier kann ich wahrscheinlich auch noch nicht hin. Okay, alles klar. Wo finde ich rohen Kristallen? Gucken wir mal. Werden wir schon finden, irgendwo. Was haben wir da oben? Was leuchtet da so schön? Da leuchtet irgendwas. Kommen wir nicht durch. Was haben wir hier? Okay. Das bringt nichts. Leuchtet. Es könnte was sein, aber es war es nicht. Okay. Hätte ja sein können. Hier war auf jeden Fall Eisen gewesen. Von hier bin ich, glaube ich, gekommen, ne. Ja. Von hier bin ich gekommen. Ich gucke hier nochmal, ob ich irgendwie Eisen mitnehmen kann oder so. Wächst das nach? Ja. Ja. Teilweise. Oh mein Gott, ich bin schon wieder überladen. Okay, warte, schmeiß mal weg. Ich schmeiß die Steine weg. Aber wo könnte dieser Kristall sein? Das ist die Frage, ne? Da hinten könnte was sein. Da hinten hat auf jeden Fall jetzt was geleuchtet. Da hinten ist auf jeden Fall nochmal Eisen. Ups. Ähm, ne. Ich gucke ein Staubsauger. Staubsauger. Okay. So. Okay, hier. Dann. Okay. Jetzt. Okay. Das war's für heute. Ja, das sieht vielleicht auch sprechend aus. Eier. Die Frage ist, kann ich mit meinem Mac da rein? Ich glaube nicht. Nee. Okay. Das sieht vielversprechend aus, aber... Okay, kann ich nur füttern. Kann ich nur füttern? Hm. Irgendwie muss ich doch hier an einen Kristall kommen. Oh mein Gott. Soll ich jetzt hier rüberöpfen, oder was? Okay, cool. Ah! Ah! Scheiße! Okay, cool. Okay, ich komme hier gar nicht hoch. Cool. Sehr witzig. Okay, also hier finde ich auch kein Kristall. Aber ich habe... Aber ich habe... Ich habe... Ah! Aha! Jetzt weiß ich, wo wir den Kristall finden. Ich muss die Gebiete reinigen, dann also. Jetzt kann ich auch diese Kristalle wahrscheinlich einsammeln, dann, ne? Jetzt muss ich aber erst mal gucken, dass ich die wieder zurückfände. So. Da sind diese Kristalle, die ich brauche. Okay. Komme ich hier hoch? Das ist ja... Super! Okay, ich muss außen rum. Okay, ich muss da auf jeden Fall außen rum. Aber die Musik macht das Spiel auch irgendwie so entspannt irgendwie und ich zisch da so durch, ja. Was haben wir hier? Oh, aber wo waren jetzt die Kristalle? Da. Da. Geil, Jackpot. Ups. Vier Stück brauche ich insgesamt, ne? Überladen. Überladen. Okay. Was schmeißt du mal raus? Was haben wir hier noch? Bestätigen. So, ich mach mal eben kurz Aufnahmestopp. Ich mach mal eben kurz Pibi. Und der Sipfer wieder. Hat man ja gar nicht wirklich gekriegt, dass ich weg war. Oh mein Gott, jetzt hab ich die Dinger wieder mitgenommen, ne? Aber da hab ich weggeschmissen. Okay, dann schmeißt er das noch weg. Was haben wir hier noch? Holz brauchen wir. Brauchen wir auch. Da brauchen wir auch. Ich mach's mal dort weg. Bestätigen. Ja, ich weiß. So. Immer noch überladen. Oh mein Gott, jetzt hab ich das alles wieder eingesammelt. Okay. Oh mein Gott. Wieso bin ich immer noch überladen, Alter? Ich will halt... Okay, warte mal. Ich bin immer noch überladen. Ach, lass mich in Ruhe. Okay. Ich darf's ja zum Glück nicht weit. Autsch. Okay, definitiv Kapazität erhöhen. Ja, toll, jetzt hab ich die wieder eingesammelt. Ich will halt. Okay. Ein Futterofen. Wo haben wir den? Eine Wäscheleine. Ich kann nicht mehr. Ah, cool. Hier ist ein Händler. Hier kann ich kaufen. Vorsicht da hoch oder so. Ah. Wie viel Kohle habe ich denn? Ah, cool. Ah, cool. Mmh. 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 Okay. Okay. Ja, mach ich. Alles klar. Was fehlt denn hier? Stein fehlt hier. Holen wir. Ich muss halt immer alles mit dem Mac einsammeln, na? Oh, was haben wir denn da? Ah, okay. 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 Wir sind so blockiert. Ah, scheiße. Okay. Öffnen. Oh mein Gott. Geben die mir was? Füttere Tiere. Okay, drei Stück soll ich füttern. Da ist noch einer. Okay, hab ich auch. Vielen Dank fürs Spielen. Ja, super. Verlassen, ja. So, genau. So, bei Steam ist es zu erhalten für 24,99. Und es ist im Game Pass auf jeden Fall drin. Ähm, ich würde sagen, da werden wir definitiv mehr draus machen. In Zukunft. Und, äh, hat auf jeden Fall gebockt, wa? Würde ich sagen. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja. Gut. Dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Demo-Test. Und, äh, ja. Aber daraus werden wir definitiv mehr machen. Bis denn, Antenne! Ich kann allerdings noch nicht sagen, wann genau. Auf jeden Fall werden wir dann mehr drauf machen. Dann, ciao, ciao! Tschüss! Tschüss! Bis zum nächsten Mal.